so okay level 14 war sound also kampfzone ach gott oh gott oh gott oh gott oh gott spiel mir mit überlegt kann das vier ich hatte sie so schnell fragt ja okay gut reichen zu wissen kein trick benutzen leute die mal back hunting video geguckt haben wissen bereits was ich meine okay dann würde ich mal sagen auf ins gemätschen haben wirklich jetzt mit jeder die uns folgen ein hallo bitte hä ich höre auf den rauf ist ja süß ey chef ich blick aber schon auf dich danach ne so mein chef wer ist jetzt hier der bestellte tot ok ich habe hier noch nie nachgeschaut endlich ist wirklich ein secret ich habe es leider nicht gebrauchen aber gut zu wissen dass es gibt wieso guckst du zu mir wenn du mich jetzt abschießt ne dann ist sie aber feuerhaft ja haben die mich jetzt schon gesehen gefallen noch schön groß zu sein aha ich habe ein paar soldaten und zum glück kein mit einer plasma dabei ja da kann ich glück ja da kann ich glück nicht so schade kann ich glück kann ich glück kann ich glück kann ich glück ne ne kann ich auch nicht um mal hier hoch zu kommen hallo 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 aber ich werde jetzt erstmal radikal meine vorreiter vorreiten lassen ist doch nicht richtig gegenseitig abgekippen ernsthaft was macht ihr wo wir zuerst eigentlich jetzt sinnloses gesündel so dass ich hier erst mal arbeiten äh nein weil wir sagen da ist nämlich noch zu meiner linken also ich möchte jetzt braune raus auf die straße zu der linken ist ja der scheiße der mit der staat der waffe da kämpft und das ist mir doch ein bisschen zu heftig dass ihr euch erst mal ein bisschen aufräumen ähm ja bitte wieder raus auf die straße genau so immer schön kämpfen immer schön nicht boah oder muss ich nicht wieder rein ne ja du aus die straße mit dir mach da mal sauber ich mach hier sauber die dunklen gassen gehören mir ihr seid die kündigen der strafen strafen ja der lebt doch noch oder der ist tot ha er ist tot 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 das ist doch meine leute auch gut aber doch nicht na guck mal hoch letztens bin ich zu glücklich hoch erst mal das war nicht gut ja schießt durch die wand da ist in der ich wenn ihr euch mal hier aufstellen das ist etwas höher Oh Gott, halt, da wird schon ein Tee drin so drin, ne? Wieso treff ich die nicht? Wer hat sich so scheiße ausgedacht, hier? Da ist noch einer. Boah, ein Reiter. Alter, ich glaub's ja. Ach so, dann ist unsere auch reingerannt. Ja, halt, also Unfrasch hat gar nichts tot. Denk mich doch. So, jetzt hier? Äh, nein. Ranrennen und die Use hast du benutzen. Use doch nicht springen. Aha, und schon können wir damit laufen. Yay! Aber wir können mit dem Ding leider nicht schießen. Oh. Bin ich in der Waffe gestorben. Äh! Wow! Alter, geil! Ist doch erst mal, dass ich eine habe mit vollem Magazin. Wie krank ist das denn? Geil! Normalerweise haben die immer nur 200. Oh, das ist jetzt hier auch ein Bug. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nein! Nein! Ich hab nicht zu sterben! Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen gescheatet hier mit der Waffe, aber es gibt es halt nicht viele Levels, so wie diese hier. Achtung, wo man die Waffe benutzen kann, wo man die Waffe benutzen kann, von daher, wenn wir sie schon benutzen können, dann würde ich sie auch benutzen dürfen. Fuck you! Was geht denn das alle her?! Oh Gott, du bist am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Wir sind schon wieder reingesprungen. Nein, ich will... Nein, wir sind tot. Nein, was mach ich denn hier? Wir sind tot. Wo kommt die überall durch? Äh, die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Hä? Gibt's hier gar nichts, außer die Rüstung, die ich grad nicht brauchen kann? Wo müssen wir hin? Oha. Gehen die alle her? Schnell weg hier. Willi-Näger, wo kommen die her? Oh, der ist noch einer. Ach, die wurden jetzt gespawnt, wo ich die Karte aufgenommen habe. Oha. Hier, ich nehme jetzt eine Stellung. Geht gar nicht. Oha. 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 Oha, der ist jetzt tot. Schade eigentlich. Oha, ist noch einer? Jünger. Lern mal rechnen. Oha. Das macht voll Spaß mit der Masse. BAK! du musst dir nicht lang, musst du jetzt hier rüber? ja doch, musst du rüber fuck, ich komm mit der Waffe nicht rüber, ist ja häcklich oh, ja, okay, ich bin jetzt hier gefangen okay, das war's ja mit der Waffe what the fuck, wo denn? ach so, der reicht sowieso nicht, hä, wo muss ich jetzt lang, oh scheiß, muss ich hier rüber? nein, voll verkackt ja, komm ja, das hat man hier ja, das war doch fast gut die verknackten Knackis muss ich nicht? ne, echt nicht, ich muss hier durch jawohl, geht doch genau, hier und jetzt komm ich hier ah, genau da ist der rote Gatte die Erdo hat die Sprache so, ich sag die rote Tür und wieder zu gehen wir müssen vielleicht mal hier speichern hier ist grad der safest Punkt in der Map komm da oben welche? weiß ich das gar nicht nein, sieht ruhig aus da ist ein Sequel ach du Scheiße wow alter wo denn? spring ich jetzt mal über das Dach rüber von da drinne? ne ah, von da da leck mich doch am Arsch echt ein kleiner Standpunkt hier wow jetzt ein ich morgens preach du 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 okay aus dem Alter bin ich so gut raus. Dachte ich, du bist... Was? Was? Oder wer hat mich denn da gerade erwischt? War flugter Fickity Fick Fick? Da hat doch jemand, der mich gerade erschossen hat, aber ich habe nichts gehört. Gut, aus der Stelle hört man doch nichts. Wenn mich da jemand erschossen hätte, hätte ich nicht gehört. Jetzt mal No-Joke. Hier ist keiner. Ich muss da runter, oder? Wann ist das Secret? Ach nee, ich muss da rüber. Oh Gott. Oh Gott, es wird nie im Leben was. Hier, Ronimo. Ach, geschafft. Hey, Bitches. Ich werde was speichern hier. Ha. Oh Gott. Ja, den Sprung, da schaffe ich nicht. Sag ich doch, schaffe ich nicht, ich dachte, ich schaffe es nicht. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Ja, man sollte nicht zu viel von mir erwarten, ne? Man muss es immer schön relisten werden. Immer schön scheiße. Alter, 5 Prozent? Ich habe bei dem Sprung 35 Prozent meines Lebens verloren? Ich verliere noch 100 Prozent meines Lebens. Meine Stolzung, meine Stolzung, ich bin meine Ehre. Stopp. Danke. Äh, perfekt. Yay. Ah, endlich und mach so, endlich eine gute Waffe. Danke. So, jetzt haben wir die... Was haben wir denn jetzt davon, dass wir da waren? Wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist was Rotes. Hier müssen wir hin. Aber was bringt uns das hier aus dem Secret? Hab ich jetzt gerade irgendwas verpasst oder was? Oder bin ich blöd oder was? Oder bin ich bescheuert, oder? Ach, klar, ja. Ich bin bescheuert. Eben. Das ist alles hier, was wir für Sieg wird. Ihr müsst ihr auf der blau-Tür. Das mit der roten Karte war alles im Sonsten. Das war alles, wie für Sieg wird. Ich bin ja bescheuert, Alter. Wir müssen nämlich... Nein, wir müssen nicht. Hier, doch hier. Und da müssen wir nämlich drüber haben. Das ist ein bisschen auf der Bindern, Alter. Ah ja, haben wir jetzt das Secret jetzt. Also, ich bin ja spack. Und ich habe das Secret auch nicht gespeichert. Warum auch? Warum soll man speichern? Jetzt klappt es schon auf der First Drive. Wir müssen verarschen. Wir sind behindert. Soll ich jetzt hier runter, ohne Schau zu kommen? Nee, ne? Okay, doch. Okay, doch. Weiter, bei Autos bin ich jetzt immer vorsichtig, Alter. Da fliegt einfach direkt in die Luft. Da müssen ich mal gefragt. Hallo, möchten Sie nur fliegen? Ja, nein, vielleicht. Wollt ihr doch nicht. Mit am Kreuz. Da kommen wir jetzt hier rüber. Ach, die Schad. Dammit. So, nehmen wir mal die Waffe hier. Ah, nicht zu weit. Oh, Alter. Der war doch unter der Wand. Der hat uns jetzt schon gesehen. Alter, ich fick eure Ömer ins Köper. Boom. Hä? Die Briegel schießt nicht hoch? Ach ja, ist ja schon hoch. Das ist gut, ich bin schon wieder. Alter, hier musst du echt nach jedem fucking Schritt speichern. Oh, der war einfach auf Patrouille. Was ist denn? Der war ja nicht noch. Stimmt, der wäre mal von hier aus alles platt gemacht. Da kann der Schäfer noch ein Parkmodus sein. Hä? Der hat uns alle gut getroffen. Oh, okay. Oh, komm. Oh, nein. Ich hoffe, es hat gereicht. Ich weiß es nicht. Meine Fresse, hat echt noch einer überlebt. Danke. Was ist denn hier? Ich hoffe, ich habe mal... Das geht alles zum Hintergrund. Oh. Da ist einer böse auf uns. Oh. Du hast gewonnen? Scheiße, ich habe verloren. Los, greift er an. Warum kreift er mit sich an? Meine Fresse, ich hätte sich jetzt mal Löscher in den Bauch. Weißt du, was denn leck mich doch... Warum hast du mich da erinnert, Mutter? Oh, komm, leck mich doch am Arscher in den Bauch. Gott, du auch. Alle weg. Wenn du ... Exkatu. Ich ... Ich ... Was ... wo die ziel also ach so ja eben hier wollen wir zurück weil eben Hier kommt man ja nicht mehr zurück, oder? Doch, über die Kaniste muss man zurückkommen. Doch, kommt man zurück. Oh, da sind die einfach nur drüber gemacht. Einfach nur ein bisschen Atmosphäre. Damit man merkt, man kann auch Wände zerstören. Muss einem ja auch gezeigt werden, ob das was kommt, ne? So, jetzt kommt der heftigste Park, der Map, also der schwierigste. Was haben wir denn hier so viele Werkzeuge? Wir haben eigentlich gar nichts. Außer ein bisschen Spitzenposition. Und drei Raketen. Zünftraketen haben wir über. Oh, das wird eklig. Das wird eklig. Das ist auch nochmal zwei Raketen? Oder ist das nur eine? Das ist nur eine, oder? Das ist nur eine. Doch, es sind zwei. Auch nochmal zwei. Ja, klar. Ja, klar. Der Cyberlimit ist gestorben, aber die Impfung hat überlebt. Wollt ihr mich eigentlich hier krass zu dumm verkaufen? Könnt ihr mal aufhören die Ruckel ballern? Ich muss wohl mit eurem Müttern reden. So, okay. Waffe auswählen. Waffe auswählen. Ja, Quatsch brauche ich dafür gar nicht. Für den Typen brauch ich neue Daten, also. Hallo? Betreffen wir uns jetzt hier wieder rum? Ja klar, ab in der Gosse mit dir hier. Ich weiß, du gehst jetzt zwar hin, aber ich will dich hier haben. Jetzt komme ich her. Hallo, Dankeschön. Meine Güte. Toll, Leute. Ihr macht mir noch das Leben schwer. Mit euren sentimentalen Wätscheln über nie schlugend mitlaufen. Meine Freiheit, Bitch. Da ist nichts. Da dürften noch welche sein. Ja, da sind doch... So, einer ist da noch. Okay, jetzt sind wir zwei Riesen da. Riesendumm. Ah ne, komm mit dem Video. Lass dich immer schön originell sein. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück und gucken mal noch zum Monischen. Wir haben noch schöne Raketen. Das Problem ist, die können wir nicht einsetzen, weil... Wenn wir jetzt darüber gehen, zu dem großen Tank, dann kommen wir nie wieder zurück. Das heißt also, ist es doch schön, dass hier schon Monitoren rumliegt. Die Brüte ist aber später überhaupt nichts mehr. Und wenn man das fair findet, dass sich mit den Flaps umkriegt. Und ja, das war ja offizieller Aufforderungs- und Selbstmord. Bitches. Scheiße, Bissen. Okay, aufizieller Aufforderungs- und Selbstmord. Okay, aufizieller Aufforderung, jetzt kommt der... Alter, ich will, dass keiner überhaupt überleben kann. Weil wir jetzt im Praktikum auch. Ja, kann man. Okay, erstmal direkt speichern. Das fällt doch so von 100.000. Geht ja normal. Was? Nee, komm, kann ich vergessen. Wenn mich der Splash-Damage so hart trifft, dann kann ich uns vergessen. Wie soll das funktionieren? Ja, nee, komm, kann ich vergessen. Das wird nichts. Sorry. Ich muss versuchen, zu einem anderen LKW zu kommen. Ich wollte gerade fragen, wie lange braucht denn der? Was? Ach, Scheiße, da oben auf dem Podest. Ach, liegt nicht doch. Ich bin immer noch hier. Oh Gott, das wird sowas von nichts. Dass er sich nicht selber wehtun kann. Ach, Scheiße. Was finde ich für eine gesamte schöne Munition? Guck mal, ja, nee. Was ist denn da? Ja, mach halt. Upsch. Boah, Alter, der hat uns ja sofort mehr. Digga, der Tragete, wer vorne ist, Hedrigan. Ich fick dich überhaupt weg. Ups, er gar nicht. Boah, Alter, das gibt's dir. Der muss mich, der hat mich einmal, ich fick Arsch. Ich will aber nicht nach jedem guten Zug hier speichern. Okay, jetzt mal, wenn wir ihn fünf vor das abgetrunken haben, sprechern wir danach. Da kommt noch einmal. Jawoll. Kommt mal. Quatsch. Oh, ich hätte auch gut zu funktionieren. Der Shotgun. Kommt noch einmal. Kommt nochmal. So, jetzt mach ich die Metschrei weg. Und der hat sich das verliegt. Alter, ernsthaft, ich... So, Alter, du brauchst du vibrieren hier. Er kommt. Das sind Chromstern hier. Ich hab doch gerade alle umgebracht. Wo kommt die denn jetzt her? Alter, das gibt's nicht, Alter. Erst mal, 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 wo kommen die her? Und dann sind die jetzt wirklich alle tot, oder was? Oder schiebt jetzt wieder einer auf? Alter, wir haben extra reingeguckt und da waren alle tot. Und dann leben die einfach wieder. Was ist denn das hier für ein Sauhaufen? Selbst zum Sterben ist das blöd. Das ist illegalisiert worden. Das ist illegalisiert worden. Das weiß ich genau. Ich hab den Gesetzesrecht, der wird nur offen. Munition. Komm über, Brüder. Nein, kann man nicht. Ey, ich brauch Munition, wir haben viel Shotgun, kaum noch fünf Dinger. Eigentlich gewusst, dass da so viele Shotgunner stehen. Äh, Mini-Gunner. Hätte ich doch lieber erst mal wieder gesichert worden. Aber die Shotgun halt so viel effektiv, keine Ahnung warum. Na gut, was soll's. Haben wir es nachgeladen? Ja. Haben wir es nachgeladen? Haben wir es nachgeladen? Haben wir hier noch mal. Ich hab nur noch keine Zweite. Wir müssen aber noch mal, da oben ist ja auch noch mal ein Gegner. Ne? Wir müssen ja auch noch mal hier anlegen. So, das wollen wir mal runter. Nein, ich will runter. Danke. Ah, das hatte doch nicht gut gepasst. Einmal Shotgun, könnte zwar nicht schaden. Nochmal so. Es ist goldener Apfel, nochmal Shotgun zu geben zu haben. Kann ich da jetzt wieder? Äh. Bark hunting? Ne, kann ich nicht. Wär auch zu schön. Deppen. Guck mal, das ist dreimal Leben, aber wir können die uns nicht holen, weil? Weil ich schreibe hier. Äh. Das ist unfair. Ja? Und jetzt guck mal hier. Nehmen wir noch 3. Heißt also, wenn man die Sicht hat. Da voll 3 holen könnte. Und jetzt die 3. Hättet man 150 Leben. Ich meine, wenn man die Map verlassen hat, kann man ja auch, bevor man über diese magische Linie geht, kann man ja auch Noclip aktivieren. Dann kann man gerade diese Linie passieren, ohne dass sie auslöst. Kann dann wieder Noclip deaktivieren und sich dann erstmal die 3 Dinger zu holen, wenn man sie braucht. Und kann dann wieder durch diese Linie Wolken, um dann das Level 1 zu verlassen. Das würde funktionieren, aber ist halt Cheating, ne? Dass man immer wieder cheaten muss. Schauwutfall. Schauwutfall.